Gibst du dich immer noch dem Druck von Moralverstellungen, von gesellschaftlichen Konventionen und vielleicht auch einfach alten, überlieferten Glaubenssätzen hin und richtest dein Leben, dein Sexleben danach aus? Ach, wie schade. Ich meine, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe das auch Jahrzehnte gemacht. Ich habe Jahrzehnte verdrängt, wie ich wirklich tickte und irgendwie aus so einem Impuls heraus, weil es eben nicht normal ist, über Sexualität zu sprechen. Es ist immer noch schambehaftet und bei mir ist mein Wandel und mein Weg zu mir irgendwie einem Impuls geschuldet. Aber weil ich weiß, was sich danach für mich alles positiv verändert hat, was ich alles erleben durfte, was ich genießen kann, nicht nur Sex, sondern allgemein im Leben. Es hat sich, ja, ich bin im Grunde, hat was von neuen Menschen. Das ist wirklich echt toll. Und aus genau diesem Grunde, weil ich das Vorher und das Nachher kenne und das Jetzt, setze ich mich so ein für diese Arbeit, die ich mache. Und ich liebe es einfach. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen zu begleiten auf dem Weg zu sich selber, damit sie endlich genießen, lernen können und sich von Zwängen und Verpflichtungen und Erwartungen frei zu machen. Es ist dein Leben. Fang heute an damit. Lebe heute und jetzt.